Essenz-Spielzüge, Spiele? Oje, 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 oje. Ich habe einen Spielzug gemacht? Ich brauche ewig hier viele, ok. Seht schon, wird eine lange Runde. Dann rollen wir uns erstmal kurz die Belohnung ab. Was ging jetzt bei mir? Nö. Ja, und irgendwie haben wir auch schon alles. Schade. Na gut, ähm. Machen wir das gleiche doch nochmal. Auf den Slap, auf den Schnellzug. Was haben wir denn da schönes? Oh, wir haben die Quill. Oh, wir haben die blindende Namenschwester, die ist auch gut. Schlag verdoppelt meine Stärke. Okay. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Ich will mal austauschen. Lass mal drin. Oh, das ist nice. Ja, es tut mir leid, dann muss ich jetzt leider den spielen. Ah nein, den hole ich mir über den Ding da. Oh, das ist super. Aber der darf angreifen. Ne, dann spiele ich doch den da. Oh. 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 Ah. Dann hab ich noch das hier. Ääh, unschön. du kannst es sehen aber nicht aber ich hätte eine spinnerein alles gut nein mal schont was da neues kommt Das bringt mir jetzt nicht so viel Na komm, dann machen wir es doch so Hmm, 6 Schaden Und schön Aber okay, muss ich nehmen Oh, und er ist auch noch gemutet Ah, okay Unschön, unschön, unschön Egal, ich werde trotzdem damit komplett angreifen Ohne mich mehr Champion Eigentlich will ich mir keine Champion Sag mal, ich mach das anders Ja, ich spiel den Nuller noch So, ohne den Nuller kann ich noch spielen So, ich bin der Ich bin hier Ich bin dem Ich bin dem Und dem Ich bin der Ich sehe alles Oh, ahí du Kommt ein Timo, Timo find ich ja gar nicht gut. Problem ist, ich könnte das spielen, aber was bringt's mir? Vielleicht krieg ich einen Timo. Ja, ne, krieg ich nicht. Ja, damit geht dann ja was los. Hm, was ist das? In unseren Venen schließt das Eis. Ja, Timo muss ich leider durchlassen, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Komm mal. Auch mal kurz. Hast denn eine Karte auf deiner Hardrum? Ja, ich kann das nur mit denen machen. So, ähm. Dann machen wir erstmal Abwehr. Ah, das wollten wir eigentlich nicht so. Uh, das ist cool. Ja. Ja. Ja, sowas habe ich befürchtet. Ja. 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 Das war's nicht. So. Ich treffe diese Runde sogar noch an. Dann muss ich das jetzt so machen. Ne mache ich die nächste Runde. Ich habe mich nicht so drüber gemacht. Ich schaue meine Klingeln. 103 Mana Ah nee, die bleibt ja auch Ding Das habe ich nicht darüber nachgedacht Kommt das auch Läuft er mir ein bisschen oft an Wir wollen das auch Ah, läuft gerade nicht Möchtest du mindestens volles Zauber-Mana Wollen wir mal für die Karten Achso, da ist auch noch nur eine Wunde Ah, nicht durch Der Frost enttilt alle Wie ich Zuschauer liebe Ah, da spiel ich auch mal den Weil der ist äh Wichtig Ringe-Ringe-Ringe-Reihe Ah, noch ein unangreifbarer Ja, der ist halt stark Ja, der ist halt stark Ja, damit schaffe ich den halt noch nicht Oh, damit schenkt Oh, damit schenkt Den zumindest ist aufhalten Ah Ah, herrgott Guck mal, was macht er Wirft dafür eine Karte ab Mit meiner Hand Und Greif mal mit den zwei an Ah Geh weg oder unter Das Schicksal bringt uns zusammen Einer von uns Ja Im Kampf kannst du keine Zauber wecken Ah, das ist auch noch der falsche Zauber Verdammt Ja, das war jetzt doof Gut, dann Geh mal noch das hier Was ich davor machen müssen Oh Oh, ja Oh 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 Ist es schon fast Ist es schon fast wert Und die wieder Die Tante Könnte ich eigentlich riskieren Könnte ich eigentlich riskieren Komm doch mal in die Dinge Bin ich dran Geh lieber auf Abstand Ist zu deinem Besten Ah, jetzt mach ich es auf jeden Fall So Gut Du spielst immer die auf die Hand Ich zerstöre Ah, ich meint Ich spiel mal den Nein, der bleibt da Wenn drei Verbünde in dieser Runde gestört stehen Ist irgendein Grundsätzliches Dem seine Lebensenergie nicht Ah, da Ah, geht halt alles kaputt Ah, geht halt alles kaputt Ah, komm halt jetzt Dinge ohne Oh nein, da Joa, dann äh Hm Da ist eh noch drin Ah Warum eigentlich nicht? Was ist das? Oh, woher warst du denn? Sie die Welt Und Basilisken hintern Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was 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 ist das? Ich bin dran Ich bin dran Genau, das wollte ich Möchte ich dann noch Ich kämpfe für die Gefallenen So, dann noch. Ah, bringt mir jetzt nicht viel, aber... Ja, jetzt langsam wird's eh pech, die ganzen Filzen. Was auch 3 Scheine an einer Einheit. Oh, genau. Ich habe eine Zündung auf der Hand. Äh, ich glaub den will ich nicht. Ich glaub den will ich nicht. Obwohl, bin ich auch verhalten. Wollen wir mal gucken, was kann denn da? Machen wir doch was das mal. Sie, sie flüstert ihre Geheimnisse. Ich schaffe das! So. Dann hätte ich den hier, dann würde der... Was würde der denn werden für ein Zauberer? Ich könnte es ja mal ausprobieren. Ähm... Er kostet halt Null. Er ist nur noch ein Zauberer. Aber das macht mir, wenn ich weggebegge. Den Manuel? Ja, der bringt mir diese Runde nix, ob den mich behalten Ich habe ihn geholfen, wie es? Ich habe ihn geholfen, wie er er? Wo hängt's? So, ich muss das annehmen. So, behält wieder einer Gäste von euch. Ich möchte... hier spielen. Wunderbar. Das ist alles ganz wichtig. Ich bin sehr glücklich. Ich bin schön. Ich bin so glücklich. Wenn du vorhin, Ich rief doch mal. Wie? Alter, alles zu teuer. Ich muss rein, die überwältigen wir halt auch schon instant tot für alle. Ich möchte den hier behalten. Ich glaube, er ist auch gar nicht mehr da. Oh, er kriegt plus 1, plus 1. Wer denn da oder was? Oh. Ah, ja, ja. Ah, fliegen mal was an. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja.